Hallo Leute, ich habe mir letzte Woche WSB Italy Felgen bestellt in 20 Zoll, heute ist der Karton angekommen, also die Felgen, da steht sie auch, ich mache jetzt mal ein Unboxing, dann zeige ich euch, wie die Felgen ausschauen, hier sind die Daten, also für Audi habe ich sie bestellt, 5x112, ET29, 66,6 mm, so jetzt mache ich einfach den Karton auf, ein bisschen schwieriger ist, weil ich mit einer Hand filme, aber jetzt schon, ich habe sie übrigens nicht in Grau bestellt, sondern in Silber, Hyper Silber oder wie auch immer das heißt, ich bin schon gespannt, soll auch schon wie die originalen Fotos ausschauen, so jetzt zu der Felge, wie gesagt WSB Italy, war super Angebot, ich habe sie 9,99 bezahlt, also gekauft, inklusive Versand, und so schaut die Felge aus, noch einmal raus, ganz kurz, ganz kurz, so schaut die Felge aus, so leichtes Konkau, ganz leicht, dass sie nur 9J hat, die Felge, das ist jetzt, das Kalt ist draußen, so schaut die Felge aus, mir gefällt sie ganz gut, danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal